Wer war noch nicht bereit? Gerne. Und was für ein Sege soll es dann sein? Gott sagt, bloß, karrt, arg ist, jetzt ist alles gut. Ich hab dich erlöst. Ich war es ja wieder heiße, du es. Deswegen gehörst du jetzt zu mir. Mach dich fort, in Gottes Name. Amen.